Bleibt weg von meinen Grundstücksgrenzen, Elendes Unkraut. Schnipp. Oder ich mein Hack. Okay, warte mal. Fünf Steine. Weg. Okay. So weit, so gut. Alrighty then. Möp. Möp. Ach guck mal, es regnet schon wieder. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Pfannkuchen! Ach du Scheiße. Ah, guten Morgen lieber Mikey. Ich hoffe es ist noch nicht zu früh. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Minerale danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der Regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten Goldene Schaufelpreis für unsere bemerkenswerte Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Du hast den rostigen Schlüssel erhalten. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Ein rostiger Schlüssel. Aha. Ich habe schon eine Idee, wo der hingehört und werde mich auch gleich darum kümmern. Allerdings habe ich zuerst Farmarbeit zu tun. Also, äh, das hätten wir. Katzenapf ist voll, weil regnet. Und Katze ist sowieso auch gar nicht, gar nicht da. Also, drinnen ist die, meine ich damit. Die ist gar nicht draußen. Das war spannend. So, jetzt gehe ich zu den Hühnern. Hallo, Hühnern. Putt, putt, putt. Okay, diesmal ist kein Enten-Ei dabei. Dann hämmern wir ein normales da rein. Auch egal. So, was ist im Gewächshaus los? Ich kann Kaffee ernten. Ein paar hiervon. Da warte ich aber einfach mal, da warte ich einfach mal, bis alle reif sind. Und da kann ich auch noch einen Tag warten. Okay, dann nehmen wir jetzt Kaffee mit. Kaffee, Kaffee. Und es wäre doch mal interessant. Okay, man kann Kaffee da nicht reinmachen. Dann machen wir nochmal ein Orangengelee. Guck mal, der Hopfen ist schon, ist der schon wieder erntenbar? Hä, krass. Hallo? Geil. Gut. Und jetzt noch die Pilzhöhle. Okay, all right, all right, all right. Ah, huch. Das war aber... ...mein lieber Mann. Ich hätte ein Auge verlieren können. Seid ihr denn des Wahnsinns? Are you insane? Yes, I'm insane. All right. All right. Okay. Okay. habe ich jetzt die ganzen eier in der kiste verkauft scheint so egal okay also das hätten wir tiere hätte ich pilzhöhle hätte ich gehabt ja und im gewächshaus war ich gerade empfehlen jetzt nur noch die schleime habe ich noch den richtigen ring am finger ja ja okay es ist wieder ein grünes ei okay aber irgendwann muss das ja mal aufhören dass die eier immer grün werden hoffe ich zumindest so jetzt machen wir einen kurzen spaziergang erstmals zu meinen schmelzöfen und nach den schmelzöfen gehen wir direkt zu dem ort an dem ich denke dass die dass der schlüssel von bedeutung ist gebraucht wird gut